Ich habe bis jetzt alle Spiele gemacht. Ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin. Was gehört dazu? Auf meiner Position ist es wichtig, weil man das Spiel vor sich hat, dass man eine Kommunikation aufbaut zur Mannschaft. Man hat alles vor sich, man kann alles sehen und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da eine Verbindung aufbaut. Nicht nur zum eigenen Innenverteidiger nebendran, sondern auch zur Mannschaft insgesamt. Es wird gerade von Woche zu Woche besser, die Mannschaft lebt, das merkt man und so läuft es auch gerade. Durch den Stotterstart von mir war es natürlich schwer am Anfang für mich persönlich. Ich musste einiges nachholen, aber es ist alles super verlaufen. Die Mannschaft hat mich top aufgenommen und hat es mir einfach gemacht, dann da schnell rein zu wachsen. Damit gerechnet, ja, ich habe es gehofft, sage ich mal, dass es dann so gut läuft. Hätte ich vielleicht nicht ganz gedacht. Mir, wie gesagt, erhofft, aber so wie es gerade läuft, passt es alles. Es ist echt gut, also muss ich sagen, macht es relativ einfach, hier rein zu wachsen. Wie gesagt, ich habe die ersten paar Wochen leider verpasst. Deswegen habe ich vielleicht gedacht, ja, neue Mannschaft, die ersten Woche nicht da. Wird nicht so einfach, aber die Jungs haben es mir ganz, ganz einfach gemacht. Es sind tolle Jungs dabei, auch eine neue Mannschaft. Deswegen war es vielleicht auch so einfach, sage ich mal, weil viele neue Jungs da waren und deswegen passt es einfach alles. Stimmt, ich habe für meine 1,90 nur 43, aber das ist halt einfach so. Das kann ich leider nicht ändern. Ich habe keine Probleme damit. Ich finde es eigentlich ganz gut. Das passt schon so. Der Trainer hat es gut gemacht. Er hat den Stamm so gut, wie es ging, gehalten. Da sind viele dabei, die letztes Jahr mit mir schon gespielt haben. Und die werden eingespielt sein, haben sich auf zwei, drei Positionen noch verstärkt. Ich glaube, da kommt ein richtig guter Gegner. Die haben einen guten Start hingelegt und ja, ich freue mich drauf. Ja, es ist ein richtig besonderes Spiel für mich. Wie gesagt, ich kenne noch viele vom letzten Jahr, habe noch mit vielen Kontakt, freue mich auch auf den Trainerstab. Ich hatte eine super Beziehung mit denen. Ja, es wird spannend und ich freue mich riesig drauf. Ich sehe euch auf das Ganze. Ja, ich freue mich. Vielen Dank.